Hey Leute und willkommen zurück auf Cassis Kanal. Heute gibt es wieder ein neues Video von ihr und mir und ja, ich hab noch... Hand auf, deine Moderation ist anmerkmalig. Ich kann doch gleich wieder gehen. Das ist auch lustig. Ich hab noch Hand auf dem Kopf, weil ich gerade dusche war. Karte, ich hab schon eltern. Hey Leute und herzlich willkommen zurück auf... Ich fang mit Finger gedinkt. Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und heute gibt es ein Google Translate Challenge Video. Denn wir haben uns einfach jetzt gedacht, dass wir, ja, Sätze bilden, versuchen der jeweiligen Sprache. Beispielsweise, wir geben jetzt Italienisch ein und dann müssen wir so tun, dass wir Italienisch sprechen können, aber können wir eigentlich gar nicht. Aber ja, ich wollte gerade sagen, das passt so wie Spanisch, aber nicht, dass dann da irgendwelche wieder kommen und sagen, äh, stimmt nicht, ich hab Italienisch studiert. Auf jeden Fall gibt es diese Challenge. 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 Auf jeden Fall gibt es diese Challenge. Auf jeden Fall gibt es diese Challenge schon seit tausend Jahren gefühlt auf YouTube, aber wir dachten uns so, heute, hm, machen wir sie auch mal endlich und, ähm, ja, deswegen würden wir sagen, bist du auch mal zufrieden mit deinem Handeln? Deswegen würden wir sagen, sehen wir, let's go! Das ist einfach, let's go! Mit welcher Sprache fangen wir an? Für eng, nein. Englisch, wahrscheinlich. Bist du doch? Schreibt uns unbedingt mal auch in die Kommentare, ob ihr irgendwie eine weitere Sprache als Deutsch könnt. Also ich denke mal, so ziemlich alle von euch kennen auch Englisch, wenn ihr Englisch in der Schule gelernt habt, ne? Wir beispielsweise haben in der Schule auch noch Spanisch. Sie. Und, also ich hatte Spanisch, sie hat halt auch Spanisch. Ja. Ähm, genau, aber wir können auch noch in Polnisch. Und, ja, das war's auch. Komm, fangen wir jetzt an. Finish, okay? Wer fängt an? Du fängst an. Du fängst an. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Fuck, ich bin schnick, schnack, schnuck. Alter, wie hört sich denn Finish an? Das ist Französisch. Okay, er sagt mir, das hat bedeutet... Ich hab Batterie und Spielzeug gesagt, okay. Los, fangen wir an. Hey, guys, I know in... Lule... Flats... Oh, scheiße. Hey, Kabel verändert. Was für Ver... Ai... Haiki verändert. Ich hab gewonnen. Ich hab zwei Wörter gehabt. Wir sind noch nicht fertig mit dem Video, Mann. Aber die Sprache hab ich gewonnen. Das hab ich besser gemacht als du. Die nächste Sprache ist Japanisch. Doch, das machen wir Japanisch. Ich kann kein Japanisch. Kann einer von euch Japanisch? Ich kenn nicht mal ein Wort. Okay, du fängst nicht mal an. Ich fang an. Okay. Ich habe das Coronavirus gesagt, happy. Ich nächste Mal. keine correctlyANSin sondern... Ich hab was da nicht mit ihnen Blessed. Und? Okay, ich habe gesagt, Haruo, Hoshino, Mario, Zähne und Zähne sind Armfalten, sind schlecht. Aber wenn sie es ernst meinen, dann aber Geld braucht sie. Warte, ich hab definitiv gewonnen. Dieses Mal hab ich wieder gewonnen. Ja, okay, dann mach ich das nächstes Mal auch. Ja, dann mach ich das auch. Ja, okay, mach ich auch. Warte, welche Sprache gibt's denn noch? Was ist ein Kebuano? Chichewa, Alter, hab ich nie gehört. Okay, jetzt machen wir das Französisch, ja? Soll ich eine Frage oder eine Frage? Wollen wir immer machen 10 Sekunden dafür, dann du sagst. Ja, okay, dann mach 10 Sekunden. Okay. Au revoir, je m'appelle Kassandra Oulieu, Avenir Oulieu, Ron Croissant Borgon Oulieu. Ey, das hat voll leid aufgedehnt. Ja, pech. Auf Wiedersehen, mein Name ist. Au revoir, je m'appelle Chantal. Bonjour, merci beaucoup. Baguette Paris. Auf Wiedersehen, mein Name ist Chantal. Hallo, vielen Dank, Baguette Paris. Ja, okay, du hast gewonnen. Okay, nächste Sprache will Türkisch sein. Wie ist denn? Kies, kimze! Ahah! Woohoo! maybe요? Mmm! Maitchen... Kies, kimze! Das ist viel zu lange gemacht. Hi, bye, Eva. Slowakisch. Stopp. Alter, ich hab' gesagt! Sie kannten und verletzten die freie Halle, die sie kannten und verletzten. Alter, voll gut! Bosnalli, Ipholai, meifondu, bolu, a, ken, ochi, melar. Stopp. Sie erkannten den Blutkanken von San. Ich hab mehr gesagt als du. Wir machen jetzt eh ihr Griechisch. Und ich hab' ne griechische Freundin. Uuuuuh, neugwöselig! After Ne Oshiiiiki Eh Ja Mero, ne Oshii Kizme Dies ja, nein, sag das. Drei, zwei, eins, go. oh scheisse Criminal Nächste Sprache Was ist die nächste Sprache? Französisch Französisch Das ist aber italienisch. Wir machen den Franzosen. Die Franzosen machen... Oui. Mach mit. Italienisch. Okay. Italienisch. Wir sind angolisch. Wir sind angolisch. Wir sind angolisch. Italienisch. 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 Meine Liebe. Meine Liebe. Gib mich auf. Alter, meine Liebe. Gib mich auf. Voll gut. Und, go. La casa italiano. Pizza, mi amore. Mi amore. Pizza, pasta, restaurante. Y... Buena noche. Buena nota. Was? Die italienische Hauspizza. Ich liebe meine Liebe. Meine Liebe genug ins Restaurant, dass ich... Fuck you. Das ist gewonnen. Ja. Weil die Hälfte von den Sachen, die du gesagt hast, war Pizza, meine Liebe, meine Liebe Restaurant, Alter. Du hast auch zweimal Liebe drin. Ja, aber du hast Pizza gesagt. So Leute, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne mal ein Daumen runter. Und, ähm, ja. Ja, das nächste Video ist vielleicht wieder mit Sean Teil. Man weiß es nicht. Ja. Ich soll ja lustig werden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Nachmittag, Morgen, Abend. Egal, wenn ihr das Video gerade schaut. Und wir sagen... Ciao! Ciao! Darum müssen wir ihn schütteln. Schütteln, schütteln, schütteln. Darum müssen wir ihn schütteln. Bis zum nächsten Mal.